Und live in Graz begrüße ich jetzt die Leiterin dieser neuen Kindeswohl-Kommission im Justizministerium, die frühere UGH-Präsidentin und NEOS-Abgeordnete, Imgad Griss. Schönen guten Abend. Guten Abend. Frau Dr. Griss, Sie leiten jetzt diese Kommission im Justizministerium. Sie soll, Zitat, Werner Kogler aufzeigen, was im aktuellen Asylrecht bereits möglich ist. Braucht das Justizministerium tatsächlich eine Kommission, die ihr sagt, was möglich ist und was nicht? Die Kommission hat als wesentliche Aufgabe, die Diskussion zu versachlichen. Und dazu ist es notwendig, dass man sich anschaut, wie ist die Rechtslage, sind die Kinderrechte in unserem geltenden Recht ausreichend berücksichtigt, wo muss man vielleicht nachschärfen, wie ist die Entscheidungspraxis, wie ist die Verwaltungspraxis. Ich glaube, das ist auch für das Justizministerium wertvoll, wenn man hier einen Überblick verschafft und dann auf dieser Grundlage Empfehlungen ausarbeitet und sagt, da oder dort müsste man etwas ändern. Also ich halte das absolut für sinnvoll. Das heißt, Sie bieten aber nur einen Überblick über die ohnehin schon geltende Rechtslage? Jetzt habe ich Sie nicht verstanden. Das heißt, Ihre Aufgabe wird ein Überblick über die ohnehin schon geltende Rechtslage sein? Wird ein Überblick über die Rechtslage sein, wie weit die Kinderrechte hier berücksichtigt werden, aber nicht nur die Rechtslage, auch die Entscheidungspraxis. Und nicht nur die österreichische Rechtslage und die österreichische Entscheidungspraxis, sondern wir werden auch schauen, wie wird das in anderen Ländern gehandhabt. Daher ist es auf jeden Fall ein Mehrwert, der dadurch auch für das Justizministerium erzielt wird. Diese Entscheidungspraxis besteht ja aus zwei Teilen. Einerseits gibt es die Verfahren vor Gericht in der zweiten Instanz, aber es gibt auch die erstinstanzlichen Entscheidungen vom Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl. Bekommen Sie auch Einblick in deren Arbeit und die Akten im Innenministerium? Davon gehe ich aus, weil das ist ja die Grundlage auch für die Entscheidungen des Bundesverwaltungsgerichts. Und das braucht man natürlich, um das beurteilen zu können. Und das ist ja die erste Instanz, das BfA. Und das Bundesverwaltungsgericht prüft dann ja, ob die erste Instanz richtig entschieden hat, also richtig gewertet hat, den Sachverhalt vollständig festgestellt hat. Und daher brauchen wir das natürlich auch für unsere Arbeit. Werden Sie sich auch Einzelfälle anschauen? Die NEOS fordern ja eine Überprüfung, ob der Antrag auf humanitäres Bleiberecht für die zwölfjährige Tina, die diese ganze Diskussion ausgelöst hat, sorgfältig geprüft wurde. Werden Sie diesen Fall auch prüfen? Also wir werden uns verschiedene Fälle natürlich anschauen. Denn die Aufgabe ist ja herauszufinden, welchen Stellenwert haben die Kinderrechte in der Rechtspraxis, also Verwaltungsrechtspraxis und auch bei den Gerichtsentscheidungen. Und das ist natürlich einer der Fälle, der hier auch relevant ist. Aber es ist nicht Aufgabe der Kommission, diesen Fall neu zu entscheiden. Also das ist jetzt nicht die dritte Instanz. Aber es ist natürlich ein Beispielsfall, weil man da sieht, wie wird mit den Kinderrechten in Verfahren umgegangen. Aber werden Sie auch überprüfen, ob das humanitäre Bleiberecht genügend Berücksichtigung gefunden hat und das Kindeswohl genügend Berücksichtigung gefunden hat in diesem ganz konkreten Fall? Natürlich, das humanitäre Bleiberecht wird ja auch mitentschieden, also in erster Instanz vom BfA und in zweiter Instanz vom Bundesverwaltungsgericht. Und beim humanitären Bleiberecht spielt natürlich auch eine große Rolle, wie weit werden da die Interessen der Kinder, die Kinderrechte und das Kindeswohl berücksichtigt. Sie haben am Wochenende in der kleinen Zeitung geschrieben, es sei eine Zitat billige und feige Ausrede, wenn der Innenminister sagt, der Rechtsstaat habe entschieden, um die Familie von Tina deshalb abzuschieben. Das klingt so, als hätten Sie in diesem Fall Ihr Urteil schon gefällt. Also ich finde, mich hat das schon immer gestört, wenn man sagt, wenn eine Entscheidung unpopulär ist, na, das ist der Rechtsstaat. Wir können ja nichts machen, das ist der Rechtsstaat. Der Rechtsstaat bestimmt, dass wir eine Rechtsordnung haben, dass diese Rechtsordnung anzuwenden ist. Aber was Inhalt dieser Rechtsordnung ist, das bestimmt die Politik und das bestimmt das Parlament. Das Parlament macht die Gesetze. Und auch die Entscheidungen werden auch von Menschen getroffen. Und es ist nicht der Rechtsstaat, den man hier verantwortlich machen kann, sondern man muss sich anschauen, was im Rechtsstaat verbesserungsbedürftig ist. Und da gibt es immer Wege und Notwendigkeiten, dass man sagt, da müssen wir nachschärfen und das müssen wir uns anschauen. Aber es ist eben wirklich eine Ausrede, wenn man sagt, na, das ist der Rechtsstaat, da können wir nichts machen. Da können wir sehr wohl was machen. Wir können uns das anschauen, inhaltlich anschauen und auch im Ablauf anschauen, was man besser machen kann. Innenminister Karl Nehrmann meint, er hätte Amtsmissbrauch begangen, wenn er die Abschiebung von Tina und ihrer Familie gestoppt hätte. Liegt er Ihrer Meinung nach falsch? Also meiner Information nach gab es oder gibt es einen neuen Antrag auf Gewährung des humanitären Bleiberechts. Und dieser Antrag wurde 2020, ich glaube im Mai 2020, beim BFA, das ja dem Herrn Innenminister untersteht, eingebracht. Und über diesen Antrag wurde meiner Information nach nicht entschieden. Das heißt, in diesem Antrag, da haben die beiden Kinder offenbar einen Antrag gestellt, in diesem Verfahren wäre zu prüfen gewesen, haben die Kinder jetzt ein Recht darauf, in Österreich zu bleiben oder haben sie dieses Recht nicht? Und diese Entscheidung wurde nicht getroffen. Das heißt, der Herr Innenminister hätte darauf dringen müssen, dass vom Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl über diesen Fall entschieden wird. Und dann wäre, wenn diese Entscheidung negativ gewesen, eine Abschiebung eine mögliche Konsequenz gewesen. Der Innenminister antwortet darauf, dass das Kindeswohl sehr wohl in den Verfahren berücksichtigt wurde, auch die Integration, aber es eben diese Entscheidungen gegeben habe. Mehrere Asylverfahren, zahlreiche Prüfungen, nicht nur in der ersten, sondern auch in der zweiten Instanz, kann es nicht auch einen Punkt geben, wo man sagen muss, ja, diese Personen und ja, auch diese Kinder muss man jetzt einfach abschieben, weil es keine andere rechtliche Möglichkeit mehr gibt? Aber es kommt ja immer auf die gegenwärtige Lage an. Und wenn sich die Verhältnisse geändert haben, dann ist neu zu entscheiden und neu zu werten. Also, dass in früheren Anträgen etwas behauptet wurde und dann diese Behauptungen, denen nicht gefolgt wurde und der Antrag abgelehnt wird, das heißt nicht, dass auch jetzt das abzuweisen und abzulehnen gewesen wäre. In diesem Fall geht es sehr viel um das humanitäre Bleiberecht, das die Familie gern hätte. Das bildet die Möglichkeit, Menschen, die kein Recht auf Asyl haben, dennoch hier zu lassen, wenn diese Familie besonders gut integriert ist, wenn sie seit vielen Jahren hier ist und auch ihren Lebensmittelpunkt hier hat. Das Bundesamt für Asyl und Fremdenwesen sagt, das sei in diesem Fall gar nicht anwendbar, weil die Familie illegal eingereist sei. Hat das BfH hier nicht recht? Also ich kenne den Akt nicht, ich kenne nur die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts und da wird ja ein humanitäres Bleibericht verneint, aber das muss man sich anschauen. Da muss man den Akt kennen, aber den kenne ich nicht. Vizekanzler Kogler sagt, Sie werden Vorschläge unterbreiten, aber gleichzeitig keine Gesetzesänderungen vorschlagen. Was wird denn das konkrete Ergebnis Ihrer Kommission sein? Ja, also ich glaube, das kann man jetzt ja noch nicht sagen, was Inhalt dieser Empfehlungen sein wird. Ich gehe schon davon aus, wir schauen uns die Rechtslage an, wir schauen an, ob hier ein allfälliger Verbesserungsbedarf ist oder, wenn das nicht notwendig ist, was in der Verwaltungspraxis und auch bei der Rechtsprechung hier geschehen kann, also welche Kriterien hier entwickelt werden können, um die Kinderrechte entsprechend zu berücksichtigen. Aber nach welchen Maßstäben gehen Sie denn da vor? Sie waren mal NEOS-Abgeordnete. Die NEOS fordern beim humanitären Bleiberecht Dinge, die zum Beispiel die ÖVP strikt ablehnt. Welcher Maßstab gilt da für Sie bei der Beurteilung des Kindeswohls? Sind Sie da auch Parteipolitikerin? Also für diese Kommission und jedenfalls für mich gelten da keine parteipolitischen Erwägungen. Also ich werde mir die Sache anschauen, wir werden das in der Kommission prüfen, wir werden überlegen, was ist eine vertretbare, was ist eine menschliche, was ist eine auch pragmatische Lösung und werden danach unsere Empfehlungen abgeben. Und wir werden uns auch anschauen, wie wird das in anderen Ländern gehandhabt. Aber was jetzt einzelne politische Parteien dazu meinen, das ist ja für mich, weder für mich noch wird es für die Kommission maßgebend sein. Sie helfen mit dieser Kommission aber ein Stück weit auch Vizekanzler und Interimsjustizminister Werner Kogler aus einer sehr schwierigen internen parteipolitischen Zeit. Haben Sie nicht Angst, dass Sie vielleicht auch ein Feigenblatt für Werner Kogler sind? Also ich finde, was wir jetzt alle brauchen, egal welche Partei und egal wer immer, das ist eine Versachlichung der Diskussion. Wir müssen die Emotionen, die da auf allen Seiten sehr stark sind, herausnehmen. Es geht um etwas ganz Wichtiges. Es geht um das Schicksal von Kindern. Es geht um das Schicksal von jungen Menschen. Und wir müssen uns daher bemühen, hier gute Lösungen zu finden. Und da kann man sich nicht nur von Emotionen leiten lassen. Man kann nicht nur zwischen Gut und Böse unterscheiden, sondern man muss sich einmal anschauen, wie ist die Situation, wie ist die Rechtslage, was können wir machen. Und ich habe deshalb diesen Auftrag angenommen, weil ich finde, dass das absolut notwendig ist. Und ich sehe das auch als einen Dienst an der Gesellschaft, dass wir versuchen, hier klare Verhältnisse zu schaffen, mal eine Grundlage auch für eine Debatte zu schaffen. Dass man sagt, da stehen wir, da hier können wir etwas verbessern oder da müssen wir etwas verbessern. Und so könnten wir dann zu Lösungen kommen, die für einen großen Teil oder für die Bevölkerung insgesamt auch vertretbare Lösungen sind. Frau Dr. Griss, vielen Dank für das Gespräch und schönen Abend nach Karte. Gerne, danke.